Ein Dart wird es geben. Wieder so ein ganz, ganz wichtiger. So, nochmal ein Schritt nach links, um vorbeizukommen. Chris Dobie. Und damit herzlich willkommen beim Pferderennen. Da haben die Kollegen aus England jetzt wohl einen falschen Knopf gedrückt, tatsächlich. Aber schöne Tiere, muss man schon sagen. Auch das kommt vor, tatsächlich. Und dann sind wir mal gespannt. Und wer macht's hier, Robby? Auf was hast du gesetzt? Also die Nummer 13 hat eine gute Quote, so wie ich das sehe. Du setzt tatsächlich auf die Nummer 13? Ja, die ist ja in China zum Beispiel keine Unglückszahl. Sondern die Glückszahl, das ist absolut richtig. Ja, das ist die sieben. So, dann sind wir gespannt, ob wir hier beim Pferderennen bleiben oder ob es dann weitergeht. Hoffentlich gleich mit den Darts. Aber es können noch Scheine angenommen werden hier bei Robby drüben in der Kommentatorenbox. Ja, vielleicht ein kleiner Tipp von mir, wer die Outfits vom legendären Basti Schwele mal kurz durchgucken will. Bisher, wir haben so ein kleines Resümee gezogen auf Instagram, Basti Schwele. Einfach mal bei Instagram suchen, dort seht ihr ein kleines Reel zu seinen tollsten Outfits. Ja, vielleicht könnten wir ja die Jockey-Outfits auch noch mit reinbringen, Robby. So, und weil es erstmal hier nicht weitergeht und weil die Pferde erst tatsächlich... So, dann sind wir ja auch mit dem Kasten-Bast.